Jo, los! Ich hab was mitgebracht von Alexander Möhle. Möhle. Du darfst auspacken. Lieber Alexander, musst du das einfach aufreißen? Ja. Komm, komm raus. Hier übrigens noch mal Werbung, Loft am Hafen. Hier sind Visitenkarten dabei. Die sind auch cool. Visitenkarten mit Sonderveredelung. Hier. Hier, hier. Voll gut. Schöne Visitenkarten. Mit Prägung und Bilanz. Die dürfen wir behalten oder müssen wir die zurückschicken? Das fand ich wieder lustig. Das war der einzige. Jawoll. Oh, die kenne ich so. Ja, die hatte ich auch schon gesehen. Ne, doch nicht. Habe ich schon mal in irgendeiner Gruppe gesehen. Nein. Ich glaube hier. Lux. Luxe. Ja, Format. Das ist auf jeden Fall ein Stil, mit dem du Amanda ein bisschen Freude machen kannst, würde ich sagen. Sowas magst du auch. Ich guck gerade erstmal, ja? Ein bisschen Vintage. Vintage. Okay. Warte. Ist das Vintage oder Retro? So, wir reden jetzt erstmal hier rüber. Ähm. Ja, Ben, du hast tatsächlich recht. Vom Ansatz und vom Licht und von den Farben gefällt mir das sehr gut. Ja. Superschöne Bildstimmung. Auch das Papier für den schönen Format ist auch super, kommt schön zur Geltung. Die Farben mag ich sehr, vor allem bei dem hier. Ähm. Ganz, ganz kleiner Tipp nur. Mir ist das manchmal im Gesicht ein ganz bisschen zu viel Hautretusche. Aber das... Manche mögen das. Ja, vielleicht hatte sie auch einfach so eine perfekte Haut, dass das... Nur so aussieht. Nur so aussieht. Nachgebügelt. An sich aber schönes Konzept. Schöne, schöne Reihe. Kannst du so weitermachen bitte. So, jetzt kommen wir mal zu den nächsten. Das ist nämlich was anderes. Bisschen Landschaft. Oh, da kommt noch mal ein Mensch. Das passt nicht, ne? Seht ja nicht ganz. Menschen, Menschen. Menschen. Ben, was sagst du zu den Landschaftsbildern? Geil. Ähm. Ich... Ich... Normal penne ich bei Landschaft immer ein, aber... Das finde ich extrem geile. Geile Farben. Ja, ganz toll. Und vor allem Nebel. Mit dem Nebel, ne? Ich bin ein bisschen früh aufgestanden wahrscheinlich. Oder muss man dafür früh aufgestanden? Ich glaube ja. Aha. Ja. Ne, finde ich sehr schön. Tolle Farben. Schöne Stimmung. Sehr gut. Jetzt haben wir hier nochmal andere Titelaufnahmen, die für mich ziemlich rausbrechen zu der ersten. Also das ist für mich jetzt noch nicht so rund. Wobei ich das nicht schlecht finde, ne? Das hier finde ich ziemlich cool von den Farben, von den Kontrasten. Die anderen beiden hätte sie weglasen können für meinen Geschmack. Sehe ich leider genauso. Also die sind nicht schlecht, aber die anderen sind wesentlich stärker. Wobei, was man dir nochmal sagen kann, Alexander, was du gut gemacht hast, ist auch die Auswahl. Also wenn du jemandem Fotos zeigen willst und die halt so gut zusammenlegst, dass du eine Serie hast, die stimmig ist, zwei Landschaftsaufnahmen und danach nochmal ein bisschen Bild. Das ist schon mal sehr gut gemacht. Das sind nämlich deutlich einfacher als 20 verschiedene Motive. Ja. Und hier diese On-Location-Dinger sind auf jeden Fall auch... Finde ich auch sehr schön, ja. Gutes Licht, schön bearbeitet. Also die Steine und das hier finde ich super beim Rest. Also und Landschaftsaufnahmen. Genau. Und den Rest, den kannst du wegwerfen. Okay. Vernichten. Gut. Sehr gut. Danke dir. Vielen Dank.